Die, die in Anricht, den jetzt weg machen. Ja. Ja, ich hab ja noch Sense. Mache ich mal ganz aus dem Bird-Shot, was das überflüssig ist, die Planks und baue da mal Okay, hier muss auf jeden Fall noch eine Fackel hin. Jetzt ist es hier zu docker. Guter alter iCloud. Also wenn wir noch Birchwood brauchen, dann musst du bloß hier unter den Mauern, unter dem Smooth Sandstone, ist ja meistens eine Reihe Birchwood, die kannst du dir einfach rausreißen. Lässt du die halt einfach raus, Fusch am Bau. Gustav, du machst frei, ich komme hinterher mit der Ex. Ja, aber ich muss ja auf irgendwas platzieren. Ja, du kannst ja nicht alles machen, ja. Okay, ne, da sind keine gewesen, das ist gut so. Also und das Ding hier, was hier die Säule ist, es geht halt bis hoch. Okay. Man könnte ja um die andere Säule rum so eine Wendeltreppe nach oben bauen. Ja, muss ja eine andere mal bitte mit zumachen, ich hab nicht so viel Sand. Äh, wo? Äh, so viel Sand höre ich immer nicht. Okay, Wendeltreppe. Haben wir noch irgendwie die Stairs, die mal jemand gemacht hat oder hat der alle seine Stairs aufgebaut? Dann machen wir die aus Sandstone, ja oder? Wir haben noch neun Stück Sandstone, ja. Ich würde die aus Sandstone Stairs machen. Ja, wir haben nur noch neun Stück, das ist das Problem. Dann geh halt Sand fahren. Ne. Wir haben keinen Sand mehr? Wir haben nix mehr. Doppelte Wendeltreppe. Ne, 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 lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass. Wir kommen nun wieder zwei solche Spackos angerannt. Wir haben ehrlich, ich esse und danach machen wir die Fähne. Erst essen, dann Fähne. Erst essen, dann Fähne. Wir gehen gleichzeitig auf die Bodenplatte. So, Wendeltreppe, komplette Tröster. 3, 2, 1, los. Loll, Mini Hitler, Mini Hitler. Oh, ich geh weg. Ich hänge in der Tür fest. Oh Gott. Ja, da sei ich schon ne Richter. So, Wendeltreppe abgeschlossen, Gustav. Zufrieden? Ähm, ich weiß nicht, wollen wir die Einzelnen lassen? Sieht eigentlich so ganz gut aus, finde ich, oder? Ja. Oder findet ihr doppelt besser? Nein. Ne, nein, das würde, glaube ich, zu viel Platz verbrauchen, ja. Also, aber hier das Wendeltreppe. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das hier machen. Oh. Das sieht jetzt, ich find's ein bisschen, einen kleinen Ticken hässlich wegen den eckigen Steinen hier. Ne, warte mal. Weil die nie dasselbe Muster haben, wie die Treppen. Achso. Ja, dafür kann ich auch nix. Ich hab halt die ganz normalen Direktion. Ja, ich weiß, dass du nix dafür kannst, aber es sieht halt ein bisschen komisch aus. Moment, 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 Moment. Ist das normale Sandstone-Kleppen überhaupt gut, oder ist das, ähm? Ihr müsst da einen normalen Sandstone mal hinbauen, glaub ich. Ja, genau, mach hier unten mal malen Sandstone. Nö mal, ganz kurz, ich probier das mal. Ich hab, ich hab nicht, warte mal. Hast du noch? Okay, gut. Viel besser. Ja, viel besser. Das Connections war leider nicht ganz so an den Kanten, aber es sieht zumindest besser aus. Ja, hallo, warum hast du wieder eine Treppe reingebauten? Ich find das sah besser aus, als nur noch einen Block hinzumachen. So. So. So, den Boden würde ich dann so ne Mischung aus, also ich würde zum Beispiel halt alles eigentlich so aus Smooth-Sense machen, außer hier in diesem Baubereich. Da würde ich, glaub ich, auch Birch mit hin machen, oder so. Ja, der Baubereich wird abgegrenzt irgendwie so hier, wo die Fackel gerade ist. Hm, zum Beispiel. Kann schon mal aussehen. Erik tut hier genüssig das Essen. Wir sind total warm. Wir liegen beim, äh, Gustav, mega leck. Ja, diese Tower hast du nie solche Probleme. Meine Tower ist bloß total dreck, weil er am Ende von meinem Bett steht. Also voll verstaubt, die Lüfter. Voll verdreckt. Also Gustav, geh mal aufs Dach und beenden das mit der schönen Aussicht. Ja, warte. Hier ist grad noch ein Weizen gewachsen. Weil du, weil du das immer weiter, weil es immer weiter herausgezögert wird, hab ich das Gefühl. Oh, fuck, der war nicht fertig. Ah, die Kartoffeln hier drüben sind fertig. Ich dachte, der sprung natürlich nie. Oh, Mann. Wahnsinn, nee. What the fuck. Naja, okay. Ähm. Gustav. Ja. Die, die, die Kakaobohnen sind fertig. Wir können wieder Cookies. Ich hab noch Cookies, wenn du noch welche haben willst, Erik. Ich hab auch Cookies. Ich hab vor, ich hab vor 48 Stücke. Ich hab nix. Warte, ich geb dir gleich welche. Aber hier ist noch Weizen fertig. Ich hab noch zwei Kakaobohnen über getrunken. Ich hab selber sogar noch Kakaobohnen von vorne. Aber, warte. Okay, warte. Ich mach mal welche. Das war nett. So, Erik, warte. Das Dach müssen auch noch ausleuchten, ne? Just saying. Ja. Warte, das können wir jetzt noch direkt machen. Danach können wir mal Anschluss auf unser neues Haus. Oh, ihr seid gemeine. Oh, ihr seid gemeine. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ja, Erik. Tut mir leid. Du kriegst nächstes mal ne Bottle of Roam. Ey, ne, die Tür, die schließt sich automatisch, ne? Ja, hab ich das auch gemacht. Ich bin nur erst durch Bledereien und durch nur eine raus. Ich hab mir mit Dirt ne Brücke gebaut als Hilfe. Und die haben wieder abgerissen, also. Komm mal da ganz kurz, Erik. Ähm. Hat hier noch Birchwood? Ganz kurz, ein bisschen. Ähm. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Erik, gib mir mal bitte ganz kurz. Ja, ich geh jetzt hier. Also, ähm. Für die Idee, was hier ist, würde ich sagen, die Wendetreppe kommt mal so um geschlossen. Da ist das Hälfte so ne Terrasse und Hälfte so geschlossen. Und auf dem geschlossenen drauf. So, jetzt kann man von der Wendeltreppe auch auf den Außenbereich drauf. Ja, die Wendeltreppe muss, glaub ich, noch eh ne Wendelung mehr haben. Ähm. Ja, allerdings. Ja, guck ich dann das nächste Mal, wenn ich wieder Sandstein hab. Bau halt gerne, ich hasse das schon. Aber Creative will ich auch nicht spielen, weil dann komm ich mir irgendwie so vor. Wie nix geschafft irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ne? Ja. Das ist das Problem. Das ist mein Problem mit der Sache. Ja, das geht uns allen so. Ich geh dann nächste Runde mal farm. Deshalb spiel ich meistens mit Mods, weil da hast dann halt, du musst dann am Anfang ne Weile farm, aber dann hast du halt so Dinger, die nehmen bis farm, machen halt das farm für dich. Deshalb spiel ich halt so gerne mit Mod. Und ich bin gerade unterhöfen. Ah. So, warte, ich baue noch schnell meinst, ich verbaue noch schnell das Zeug und dann machen wir aber endgültig jetzt mal Schluss für heute. Oh ja. Ja, du hast es schon ne halbe Stunde mehr so rausgezogen, aber pff. Ja. Hast du noch Fackeln, die dir oben draufsetzen kannst, zufällig. Äh, gerade eben nicht, aber wir durften noch ne Kohle haben, oder? Ähm, das ist die gute Frage. Kann mal gucken, Roger. Eine Fackel habe ich noch, mehr nicht. Äh, wir haben keine Kohle mehr. Okay. So, eric, beobacht. Ach, eric angelt grad. Wie geil sieht das denn aus? Moment. Das will ich doch hoffen. Bleib mal genau so stehen. Wie fängt man was, wenn der Haken runtergeht, ne? Wenn der Haken runtergeht, äh, die Tast zum Einholen drücken, ja. Aber der geht aber nicht runter. Du siehst dann auch, äh, kurz bevor der Haken runtergeht, äh, geht dann wie so ne Wasserspur, sozusagen. Als würde da halt so ein Fisch, äh, drauf zu schwimmen, sozusagen. Geht dann auf das Teil zu. Also du siehst das halt schon. Oh, was denn eric, wie er angelt beim Adlerauge? Ja. Nikolas, was sieht dein Adlerauge? Ey, wieso ist er nicht? Ich seh ein Karpfen und drei Heringe. Und... Wir sind ja nix. Wir sind ja nix. So. Alex. Hätten wir mir die Angel gewissen vor, dass... Aber wir werden... Jetzt wirst du rausziehen, oder? Moment ganz kurz. Komm hoch, Elf. Ey. Das ist hier. Ach so. Können wir ja so'n... Ange... Können wir so'n Angelsteg bauen, dort. Spaß, ey. Alex, wie du aussiehst. Du hast ja auch wieder die extravagantesten Sachen angezogen heute. Das ist echt schlimm mit dir. Ja, wir hatten da so'n... Da ist so'n Typ mitgefahren, der hat halt... Das ist klar, Moment, ja. Der ist halt draufgegangen, weil... Wo ich... Wo ich auf die Sandbacke gefahren bin, hab ich mir gedacht, ach... Kannst du ruhig looten, ey. Also, so schlimm wäre es nicht. Hallo für dich, Ona, weil guck dir das mal an. Was? Ach du... Du bist da auch noch runtergeflogen, das ist mir passiert. Ja. Ah, schön. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, geht das? Geht das? Da kannst du auch von dort runtergehen, ja. Uh, geil. Okay. Egal. Da bestell ich mir jetzt schon mal ne Angelterrasse bei Ikea. Oh, voll die, geile Musik. So, eine Errüstung ausziehen und eine mal allein ab, würde ich sagen. Seid ihr? Hier, wir sind hier. Gucken wir Richtung Meer oder Richtung... Gustav? Ich würde sagen, wir gucken Festland und machen das Bild in Richtung Meer. Oder Richtung Insel. Ach, äh... Ich würde... Ne... Ich würde sagen, wir machen das Bild so in die Richtung, in die ich... äh, entgegensetzt in die Richtung, die ich gucke. So heißt die Insel, das ist unser angefangenes Haus, ist dann im Hintergrund. Na ja, ne? Ne? Ja, Moment, also... So wie ich grad stehe ungefähr. So wie du grad stehst, oder was? Also... Riefen. Alle so ausrichten, wie ich stehe, würde ich sagen, ja. Moment, dürf ich in die Mitte gehen, damit ich... damit ich euch besser auf dem Bild hab. So, warte. Moment, da muss ich kurz aus der 5 rausgehen, sonst weiß ich nie. So, jetzt ziehst du nicht so. Ähm, so, Erik, wirst du was ziehen? Was? Wirst du was ziehen? Ach so. Äh... Alex trinkt mir dann zugleich. Ihr müsst doch mal sagen, wenn ihr trinkt, da pfeife ich mir noch nen Keks rein. Okay, ich zähle mal runter bis... äh, von 3 und dann... dann trinken wir, okay? Ja. Drei... Zwei... Eins... Saufen! So, nice. Wir saufen wie so ein paar Vollmongos, würde ich sagen. Zu meinem imaginären Ich, ne. Vielen Dank fürs Zuschauen, ein imaginäres Ich und hau rein, bis zum nächsten Mal.